Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS-17 als Force-Projekt auf der Kiffhäuser zusammen mit dem McManus. Hi Leute. So, heute ist Sonntag, Manus. Ich würde, heute ist Sonntag, oh dann, schönen Sonntag. Ich würde ganz ehrlich, den Holzverladeplatz, da wo wir das quasi... Ja. Da wo wir das Langholz hinziehen und so weiter, wo wir das dann klein machen, all den ganzen Krempel, würde ich tatsächlich unten bei einem so einem Sägewerk machen. Okay. Oder was sagst du? Ja. Das ist so die Frage, welches Sägewerk, ne? Naja, anbieten würde sich auf jeden Fall unten das, weil da hast du diese gerade Fläche, diese große gerade Fläche. Und da willst du den Verladeplatz machen? Da wo man das Holz hinbringt, wo man es verarbeitet und dann lagert. Ja, dann machen wir das. Dann kommen wir mit den Maschinen da mal hin. Genau, hier müssen wir nämlich erst mal Luft machen. Genau, dann machen wir das einfach hier. So, und jetzt fange ich mal an, hier die Bäume zu fällen, dass wir hier unseren Platz eben hinkriegen. Und die Bäume verkaufen wir gleich. Ich hoffe, die Zuschauer finden das genauso cool wie wir. Ich weiß nicht, ist jetzt erst mal quasi letzte Aufnahme in der Session. Ja. Dann haben wir wieder eine Woche Zeit, Kommentare zu lesen und dann müssen wir eben wieder aufnehmen, ne? Genau, schreibt auf jeden Fall Kommentare, wie ihr es findet, wie toll ihr das findet und so weiter und so fort. Genau. Oder ob ihr Scheiße findet oder ob ihr vielleicht Ideen habt. Vielleicht auch coole Mods für so einen Verladeplatz. Irgendwas auch stationäres können wir auch mal mit reinnehmen. Irgendwas, wenn ihr da was wisst. Ja. Auf jeden Fall mal rein. Genau. Das auf jeden Fall, definitiv. So. Es gibt auf jeden Fall sehr viele coole Sachen und die wollen wir halt einfach ein bisschen nutzen. Ja. Und halt einfach sinnvoll nutzen auch. Nicht einfach nur rumstehen haben und dann mal von A nach B fahren, sondern dann, dass wir uns halt das einfach selber so ein bisschen aufbauen. Genau, ja, genau. So, Malus, der Platz ist sauber. Schön. Gut, dann bringen wir jetzt mal alles da rüber. Wo warst du denn da unten? Ja, ist erst mal ein Weg. Angehaucht, hat schon gereicht. So. Was machst du denn da unten? Träumefällen. Okay. Ein Monster. Bin schon angeschnippelt. Mikrofon muted. Da. Schön, 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 schön. Ansonsten, was gibt's bei dir noch ist für sie? Äh, was gibt's Neues? Ja. Nicht viel. Nicht viel. Wollen wir den auch wieder so einzäunen? Ja, auf jeden Fall. Er würde sich echt für solche Aktionen, würde sich halt auch echt so ne, äh, würde sich echt ne Map anbieten, wie, äh, sind glaub ich auch zwei neue FDR Locking rausgekommen, ne? Ach so, echt? Also die, die wir mal gespielt haben, ja, ich glaube, da gibt's zwei neue, okay, reine Holzmaps. Ah gut, jetzt wieder auf der Kiffhäuser. Hast du den getestet mal? Ne, ne, man kann sich angeschaut. Ach so. So, können wir auf jeden Fall erst mal ne Menge entasten. Hä? Was sind die Bäume denn hier? Steinen die vorn schon hier? Was hab ich gekommen bin, standen sie da, ja? Toll. So, hier liegt erstmal ein bisschen was. Theoretisch, müssen wir mal probieren, kurz. Ach, die Zange, hast du die Zange zu mir noch gebracht? Die Holzzange, ne, ne? Äh, ne. Ne, hab ich nicht, ne. Soll ich die eben schon holen? Ne, mach, mach hier weiter. Oh. Er hat ja die Fräse und, äh, die Schaufel mitgebracht. Ja. Wenn Fasch hoch holt auch noch mal was. Oder wir fahren halt zusammen nochmal, weil der Johnny ist ja auch noch oben. So. Komm, hör auf deine Mama, mein Sohn. Geh schnell mit. Ich hab echt Hunger, ey. Es ist langsam Armbruchzeit. Wir wollten die ganze Zeit schon mal diese Filmmütschaften mit drauf machen. Dann kriegen sie einfach nicht hin, ey. Stimmt. Ich krieg auch Hunger. Aber, sind wir gleich fertig. So. Was? Was gibt's zu essen bei euch, weißt du schon? Äh, Brot. Einfach gleich nur Brot, halt mit Aufschnitt, ne? Ach, Quatsch. Zum Sonntagabend? Ja, ich würde auch lieber was anderes, aber. Nein, aber ist ja okay, also. Jetzt zum Beispiel mal, ich brauche, ich bin zum Mittag warm, also ich muss immer zum Mittag warm essen. Ich auch, auf jeden Fall. Und, äh, ich hab welche auf Arbeit, die essen halt nur Aufschnitt, weißt du, den ganzen Tag und essen dann abends warm oder so. Könnte ich nicht. Ich esse lieber abends Brot. Ja. Weißt du, äh, und halt, ähm, Mittag dann warm. Äh, ja, genau. Abends Brot, Mittag warm. Ja. Und dann, wie machst du das auf Arbeit? Also, wir haben auf Arbeit, Mikrowelle und alles da. Ja, genau. Genau. Meine Frau kocht dann. Genau, ja, ja. Schön in die Tupperdose. Genau. Damit es wird gedauert. Ja, das stimmt. So, pass mal auf, was ich jetzt mache hier unten. Pfeifinger gleich mal mit hier, den Kran. Ach, der Manus hat ja auch schon gut gesägt, ey. Ich hab am Arsch. Ich hab, ich will schon was wegehauen, ja. Komm, glaub ich. Gut. Gut. jetzt noch mal wieder runter ja was los wollte den ast nicht absegen wir sind ein das müssen wir aufpassen wegen den brettern produziert werden gab ja nicht viel geld ein bisschen geld gebracht ja okay dann ist cool wenn man uns eigentlich ach so wir haben den IT-Warner nicht aber da wäre der aufsatz eigentlich ganz geil den IT-Warner weiß ja grüne der absatzrahmen den einfach nur dorthin schmeißt und dann stimmt was die bretter kann sich bretter reinhauen genau wenn er auf volles weg bringt wo hatten wir die bretter verkauft weißt du es noch habe ich nie verkauft ich hab's hat immer jemand anderes verkauft wetter wir haben die gar nicht verkauft oder wir haben die glaube ich gar nicht verkauft ich glaube wir haben die als bretter das sind ja wie bretter paletten auch einfach in die produktionszweige gebracht ja ja gerade überlegen ja ich glaube so war das das ist auch mal das ding hier fahren also was mich jetzt so interessieren würde wie christian jetzt die stämme da drauf im gran jetzt haben wir noch nicht letztlich mal hier rein weil sie mal rückwärts ran und überhaupt so ein stamm da drauf ihr packt den einfach an und schiebt sie mir drauf eigentlich noch mehr der moment ausstecken motorfahrt richtung wechseln hat schon mal spannend oder das ist gut hat einmal mit einer schrank lang ja also so ja ja ich kann es mit dem front machen den front links machen sogar weil ich ob das so hoch geht aber auch mal hat das ding hier viele rehen nein aber ist flexibel einfach so gerade drauf dürfte sich eigentlich dann ausrichten der hat aber auch keine kolli so warte ja so so ist gut so ist gut ja so wird das gemacht ja und jetzt hast du hier die spanghörte dran kannst dann am schluss die schere zu machen quasi dann kannst du das langen holz halt sonst bringen da müssen natürlich mehr stämme drauf ja ja klar er ist dafür gemacht hier wirklich einiges ja ich wollte nur gucken wie das aussieht aber gut ja dann packen wir das da alles drauf ja ist eine geile idee ja warte mal dann sag ich mal her das ding hier dann können wir ja auch was denn baum in der luft problem ist den können wir jetzt wieder nicht ich stehe jetzt hier wieder irgendwo abladen dann fällt er wieder auch so auch noch so gut so warte mal ja will ich mal probieren aber da schmeißt man das gewicht nämlich mal hinten dran eigentlich geiler wäre es die noch nicht mal zu entasten einfach so dahin und dann erst entasten wenn du da bist man kann man kann schon echt viel machen also das ist schon ja so willst du noch was zeigen mal zurück ja noch ein stück so ne gut alter oder ist er zu kurz nein ja alles hast du es gesehen da zuerst aber gut ja läuft doch naja und so kann man die halt eben da rein dann kannst du das langholz quasi hier durch die heide ziehen so gut in dem Sinne meine lieben Freunde freut euch auf dieses schöne gerät hier ich auf jeden fall schon und wir sagen tschüss und bis zum nächsten mal das like nicht vergessen und ja bis zum nächsten mal tschüss tschau